Das ist Lisa. Sie ist als IT-Managerin tätig. Sie zahlt einen Teil ihres Gehalts in ihrem Zusatzrentenfonds ein und ihr Arbeitgeber legt seinen Beitrag drauf. Neben ihrem Job verbringt Lisa viel Zeit mit ihrem Freund. Sie wollen sich den Traum der eigenen vier Wände erfüllen. Dank des Zusatzrentenfonds hat Lisa Anrecht auf ein Bauspardarlehen oder einen Vorschuss auf ihr angespartes Kapital. Weil früh starten Sinn macht. Jetzt kostenlos bei PENS Plan beraten lassen.